In der Basalt-Faust wird man sich natürlich rühmen, werden die meisten Köpfe abgeschlagen. Und da ist die Stimmung doch sehr heiter. Ein Chort-Tempel von denen, ob sie Spiritualisten sind oder nicht. Bei der Basalt-Faust sind natürlich dann die Ordenshäuser gar nicht so karg, wie du es deinen Gefährten hat. Vielleicht hast du Weiß machen oder wie sie es deinen Gefährten Weiß machen wollten. Also die Zimmer für euch sind dann doch relativ gut ausgestattet. Teilweise vielleicht ein bisschen labyrinthartig verschachtelt oder sowas. Aber man kann hier gut feiern und die Stimmung ist gut, weil es gab natürlich keine Verluste. Warum auch? Und man hatte endlich wieder was zu tun. Nachdem man sehr lange sehr neutral war, wurde man endlich wieder ausgeschickt. Wissen die anderen, warum wir ausgeschickt wurden? Nein, das ist ein Mysterium. Warum Amir Honak tatsächlich Gewalt hat anwenden lassen, nicht nur durch Amira. Die kann natürlich eben auch unabhängig agieren. Aber warum tatsächlich die Basalt-Faust ausgeschickt wurde, ist merkwürdig. Ja, dann besauf ich mich und tu nichts Produktives. Okay. Dann, einige Stunden später, erreicht ihr wieder die Bord, euer Schiff, die Mondsabende, Drachentöter. Jeder aus verschiedenen Richtungen. Der eine vielleicht früher, der andere vielleicht später. Aber letztendlich am Ende des 21. erreicht ihr wieder das Schiff. Und, Abelmeer, wie war eure Vorlesung so gewesen? Hervorragend. Nun ja, die meisten Studenten konnten der Vorlesung nicht folgen, aber ich konnte drei Dekane sehen, die meiner Vorlesung spannend verfolgten. Oh, welche Wahn ist denn? Äh, ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube, der Dekan der Gesamtuniversität. Tschüss, Arjo. Ja, wenn noch. Wahrscheinlich der Magier. Möglicherweise. Und wenn einer über Vorberatztestament redet. Und wahrscheinlich der philosophischen Fakultät, vermute ich mal, aber ich weiß nicht. Oh, sehr interessant. Nun, meine Vorlesung war eigentlich ganz gut besucht. Diesmal waren mehr Studiosi da, weil sie wohl gehofft hatten, noch einmal Zulamin zu treffen. Ha, haben sie sich geirrt. Manche haben echt etwas betröppelt Breiheit reingeblickt, als sie jahrelang gesehen haben. Aber... Das kann ich gut nachvollziehen. Es war dann doch noch eine ganz spannende und erheiternde Vorlesung. Erst mussten sie eine Dornenranke anfassen und fast alle haben sich geschnitten. Tja, Pech gehabt. Aber dann konnte Jarlan doch noch mit einigen Geschichten aus seiner rustikalen, tobrischen Zeit begeistern. Ihr könnt sich daran erinnern wieder? Nein. Es ging um... Nun, was er in Jolgur-Mack und so gemacht hat. Das ist doch Tobrien. In der Tat, in der Tat. Nun, hin und wieder kann Jarlan recht unhaltsam erzählen. Das ist zwar... Ja, definitiv. Also, ich würde fast sagen, er hat ein kleines Talent dafür. Nun ja, soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber er hat einen volksmöglichen Charme, könnte man sagen. Ja, richtig. So könnte man es ausdrücken, nicht wahr? Ja, und dann war ich noch beim Fax-Tempel davor gewesen. Nichts Spannendes. Nun, wir hatten verschiedene Aufträge. Ich konnte nun ja eine, sagen wir nicht, Einladung, aber ich konnte mich auf die Liste setzen, um die Villa der Willmann zu besuchen. Das sollte mir, nun ja, ein Vorwand liefern, um zu tun, was nötig ist. Das klingt gut. Ich habe in Erfahrung gebracht, wer die meisten Wetten kassiert hat. Weil ich bin quasi dem Fluss des Geldes gefolgt, bis zur Quelle. Naja, gewissermaßen. Du wirst es nicht glauben, aber Salix Kongress, er hat auch auf mich gewettet. Das ist interessant. Das ist vor allem sehr unwahrscheinlich. Ich war überrascht, denn es war ja selbst für mich nicht ganz klar, dass ich wirklich den Schlinger töten würde. Und... Meint ihr, er besaß eine Vision der Zukunft? Möglicherweise. Das habe ich mir zumindest überlegt gehabt. Also, entweder hat ihm dieser Deuter geholfen, Zukunftsdeuter, der auch für die Willmanns arbeitet, oder er hat selbst irgendwelche Fähigkeiten, mit denen ihr in die Zukunft blicken kannt. Ich sprach mit diesem Sterndeuter. Er ist ein gefährlicher Mann. Inwiefern? Nun, er sah Ereignisse in der Zukunft und konnte mir genau sagen, was ich nun ja in der Vergangenheit erlebt habe. Nun, das habe ich doch schon bei unserem ersten Treffen mit ihm gesagt gehabt. Er hat das Recht deutlich durchscheinen lassen. Erinnert ihr euch? Ja, ich glaube doch nicht, aber vielleicht sollten wir uns bei Zeiten um ihn kümmern. Ich verstehe, was ihr meint. Der Letzte, der weit in die Zukunft blicken kann, erinnert euch noch an diese Hellsichtsakademie. Er hat keinen Einfluss auf die, nun, Aspekte genommen. Aber wenn er es euch so bereitwillig mitteilt, könnte er echt ein wahres Problem darstellen. Zu dem, ich weiß nicht, ob ich es falsch wahrgenommen habe, erinnert euch an den Metropoliten der Per-Reine-Kirche. Ja. Ihr besagt doch dieses dritte Auge. Ja, ich erinnere mich, ich habe es ein ums andere Mal gesehen, zweimal insgesamt. Einmal, als er Rafim geholfen hat, als wir, das war, nachdem wir einen Ausfall gemacht hatten, um Helmar Havax zu treffen. Als wir unter dem Fluss hindurchgelaufen sind und Rafim von diesem elburischen Messer verletzt worden ist. Nach waren wir ja beim Metropoliten gewesen. Er hatte uns das Auge offenbart und strömte eine enorme Kraft davon aus. Und dann das zweite Mal, nun ja, ihr erinnert euch, da waren wir gemeinsam. Ja, nun, ich glaubte zu erkennen, dass er ebenfalls ein verborgenes Krebsauge hat. Oh, das macht die Sache kompliziert. Und interessant. In der Tat. Würde das das Erste unter uns belassen, müssen Jalan oder Zulamin nicht mit derlei Dingen behelligen. Ja, wir sollten uns vielleicht auch informieren, woher dieses dritte Auge stammt. Hm, ich denke auch. Die Bibliothek wird sicherlich einiges hergeben. Dann sollten wir uns auf jeden Fall jetzt mit den anderen zusammensetzen und die wesentlichen Punkte zusammentragen. Habt ihr euer Geld kassiert? Äh, selbstverständlich, selbstverständlich. Zumindestens das, was nach diesem Überhang noch zur Verfügung stand. Insgesamt habe ich 3.000 gewonnen. Ah, die Schriftkasse wird sich freuen. Äh, ja. Hier sind 2.000. Bitte schön. Äh, ihr sagt ja 3.000. Richtig. 1.000 habe ich investiert. In was? In ein Waisenhaus. In ein Waisenhaus. Ja, also 500 für die Errichtung des Waisenhauses und 500 als Rente für die Person, die das Waisenhaus betreibt. Ein gewinnbringendes Investment. Oh, ihr alle, einen schönen guten Tag. Ja, es war ein wirklich gewinnbringendes Investment. Ich habe gewissermaßen in die Zukunft investiert. Auch Zudamin kommt herein und sie hat spektakulär gute Laune. Ah, das seid ihr ja alle. Ich habe den ganzen Nachmittag mit Kiaros über Pferde gesprochen und es war großartig. Nun, schön zu sehen, dass wenigstens andere von uns sich um wichtige Dinge zu bemühen scheint. Ja? Bitte. Ah, hier seid ihr alle. Raphim ist noch nicht zurück? Nein, er wollte in den Chortempel. Vermutlich liegt er gerade irgendwo entweder halb ausgeblutet oder halb besoffen in einem Straßengraben. Ja, das sind ja auch schon wieder Unterstellungen, die ich höre, wenn ich hier reinkomme. Das ist ja auch schon wieder wirklich. Nun, du siehst zumindest so aus. Ach, wie habe ich dich hier gesehen? Ja, ich habe unzählig einen im Tee sein, ehrlich. Nun, ich würde vorschlagen, wir tragen einmal zusammen, was wir heute erreicht haben. Den meisten habe ich ja schon ihr Geld gegeben. Diamantes, hier ist dein Säckelchen. Ah, ja, genau, Boltag, das wollte ich hier ansprechen. Ja, vom Markt wollte er, dass ich direkt alles bezahle. Ja, kein Problem. Hier, alles, alles, was du gewonnen hast. 400 sind es, zähl am besten nochmal nach. Bei den Grollen kann man sich nie sicher sein. Und? In Ordnung, danke. Alles, alles gut sonst bei euch? Ich hatte einen geselligen Abend, sagen wir es so. Ich habe Koragon getroffen. Ach, Koragon, interessant. Blamin? Noch ein paar interessante Informationen mitgegeben. Es scheint, dass der Großadmiralismus, Willmann, zumindest Gerüchte halber, gar nicht in der Stadt ist. Aber Koragon selbst sagt, er glaubt das nicht, dass er sich nicht auf ein Schiff wagen würde. Gerüchte halber ist ja nach Silla unterwegs, um sich mit Bonnaret zu treffen. Nach Silla? Wollten wir doch nicht sowieso hin, wenn wir nach diesem, wie hieß er, noch gleich suchen. Ja, Lanna. Den haben wir scheinbar auch verpasst. Er ist wieder unterwegs nach Charibso. Er soll sich auf Silla mit Bonnaret treffen? Äh, einem anderen Bonnaret als dem, den wir kennengelernt haben? Ich weiß nicht, welchen Bonnaret. Irgendein Bonnaret. Einfach in irgendeine Intrige verwickelt zu sein, so nach Kugris. Aber ich weiß auch nicht, ob dieser Willmann wirklich in Silla unterwegs ist, oder dass nur falsch gestreute Informationen sind. Das war ich da selbst nicht sicher. Vielleicht sollten wir gehen und es herausfinden. Nun, bevor wir jetzt investigativ hier vorgehen, ähm, ich habe heute Morgen, als ich die Gewinner eingetrieben habe mit Sulamin zusammen, eine interessante Information erlangt. Die war nicht ganz günstig, aber nach einigem Hin und Her konnte ich den Kräum durch meine gewinnende Art davon überzeugen, mir sagen, er eigentlich auf mich gewettet hat und damit meinen Wettgewinn ausgestochen hat. Denn ich habe letztlich nur 3000, und tatsächlich hat der als geizig verschriene Salix Kugris offensichtlich eine derart hohe Summe auf mich gesetzt, und zwar nur auf mich. Hm, interessant. Ich habe es schon mit Sulamin und mit Abelmir besprochen. Das sind eine derartige Unwahrscheinlichkeit. Also, nicht, dass ich gewinne, aber selbst das war ja nicht sicher, dass er sich wirklich so sicher ist und einen derart hohen Betrag auf mich setzt. Mehr als merkwürdig. Nun, vielleicht sollten wir da auch noch einmal nachhaken, wer sich die Gelegenheit bietet. Hm, ich denke auf jeden Fall. Kann es sein, dass wir einen Spion an Bord haben? Ich meine, wir haben uns hier drin über unseren Plan unterhalten. Ja, aber selbst wenn wir uns hier drin über unseren Plan unterhalten haben und nur etwas schief gegangen wäre, stellt euch einmal vor, ich wäre von der Pfeilspitze getroffen worden und wäre sofort ohnmächtig geworden. Ich habe es ja immerhin ganz gut weggesteckt als Zwerg. Aber, naja, hätte auch anders ausgehen können. Ich denke nicht, dass Salex Kugres unseren Plan kannte. Ich denke, er wusste, er war sich aus irgendeinem Grund sehr sicher, dass er auch funktionieren würde. Ja, aber wenn er den Plan nicht kannte, woher kannte er sich dann sicher sein, dass er funktionieren würde? Außer, wenn jemand in die Zukunft gucken kann. Da hätten wir ja jemanden, von dem wir es zumindest annehmen. Das erscheint mir sehr hanebüchen. Nein. Ich denke, hypothetisch hätte er davon erfahren können, auf was wir gesetzt haben. Ich denke, als Grande könnte er durchaus an diese Information gekommen sein. Das zeigt allerdings sehr viel Vertrauen in unsere Fähigkeiten. Eben, und das kann ich mir nicht vorstellen. Also zumindest nicht, wenn Koragons Einschätzung seines Verwandten zutreffend ist. Allein... Vielleicht sollten wir dem Mann ein paar Fragen stellen. Ja, er hat gesagt, kein Heller würden wir aus Salex herausbekommen. Wir sollten die Möglichkeit in Betracht sehen, dass Koragon Kugres vielleicht auch nicht exakt die gesamte Wahrheit sagt. Nun, das ist sicherlich möglich. Vielleicht können wir einfach einmal mit Salex reden. Ja. Am besten ohne, dass eine liebe Verwandtschaft davon erfährt. Ein guter Plan. Ansonsten habe ich ein Waisenhaus gespendet. Ein Waisenhaus? Ja. Natürlich. Im Schlund. Ah, tatsächlich. Na ja, ich war heute bei der Feckskirche und habe es in Auftrag gegeben. 1000 Dukaten. Ja. Und wusstet ihr, dass es dort einen Firum-Tempel gibt? Tatsächlich, ja. Ähm, interessant jedenfalls. Das Waisenhaus meine ich? Mhm. Ich habe mir überlegt es, Wolltagsheim für notbedürftige Kinder zu nennen. Und ihr habt schon über die Bewachung nachgedacht? So ist es kein Gefängnis, sondern ein Waisenhaus. Ich denke nicht, dass ihr etwas drinnen halten wolltet, sondern eher Leute draußen. Hm, ich verstehe, ich verstehe. Nun, das muss der von mir eingesetzte Verwalter dann regeln. Wir werden euch die Scheiße klauen. Werden ja nicht ewig bleiben. Nun, ich, wenn ihr wollt, Abelmeer und ich gehe wohl zu seinem Schutz mit. Ihr seht sich vielleicht zwischendrin den Bauern mal an, nur um sicherzugehen, dass wir nicht was Ohr gehauen werden. Ihr wollt in den Schlund? Habt ihr verrückt? Warum ist das eigentlich ganz nett da? Das ist alles andere als nett im Schlund. Ich hörte ein oder zwei Dinge darüber, wie man sich da drin verhalten muss, um nicht ausgeraubt zu werden. Nun gut. Ja, nicht hineinzugehen ist das bitte das beste Mittel. Indem man einfach nicht so aussieht, als der meinte, was das geraubt werden könnte. Und wenn die Herren mich entschuldigen möchten, ich denke, ich sollte Borromeo einen Besuch abstatten, bevor man ihn ausschöpft. Äh, gut. Nun, wenn du unbedingt in den Schlund möchtest, ich werde sicherlich den Bau ein-, zweimal beaufsichtigen. Ja, am besten sollten wir uns dies dann alle die Sicherheit halber gemeinsam ansehen. Und wir sollten ein paar Gundukaten-Gardusten mitnehmen. Ja, im Schlund ist es ein guter Ort, um abgestochen zu werden. Hm, zum Thema Borromeo. Vielleicht, was haltet ihr davon, wenn wir anfragen würden, ihn freizukaufen? Ich hatte eigentlich Pläne für ihn auf Santobal, aber sag mir was hat dir vor. Hm, ich habe keine wirklichen Pläne mit ihm. Ja. Ja, hat mir aber mein Leben gerettet. Hätte er mich da nicht rausgezogen, da hätte mich diese verdammte Exo wahrscheinlich... Nur dann, was er mit mir gemacht hätte. Dann lasst mich euch versichern, dass ich nicht vorhabe, ihn doch verrotten zu lassen. Zumindest hätte ich meine Waffe nicht mehr, meine Bitsi. Und das ist genauso, als hätte er mir das Leben gerettet. Aber er wird teuer sein, wenn ihr ihn kaufen wollt. Ich frage nach, ja? Jalan hat doch eine Idee, was er mit ihm machen möchte. Oh nein, ich wollte euch nur fahren. An was hast du denn gedacht, Jalan? Ach, warte es ab. Nun, wie ich beutagsbreitschellerte, ich habe eine Möglichkeit, um das... auf das Gelände und in das Gebäude der Willmann zu kommen. Oh, hervorragend. Jetzt müssen wir sie nur noch loswerden. Das Gebäude, meine ich, natürlich, auf ihm, nicht die Willmanns. Das ist selbstverständlich. Ja, und wenn einer der Willmanns ganz plötzlich verschwindet, Jalan, dann wirst du auch ganz plötzlich im Hafenbecken landen. Ach, darin ganz plötzlich zu verschwinden, habe ich Erfahrung. Ja, das würde ich dir dann auch empfehlen. Moment. Also, wenn jemand von dieser Familie stirbt, wird Jalan zur Verantwortung gezogen. Dann hoffen wir einfach mal, dass die Willmanns in nächster Zeit eine Leidenschaft des Schlingerzüchten sich anwachsen lassen. Außer so, Poltags, wie du nicht zulassen würdest, dass ich einen Hochkönig oder seine Familie umbringen würde. So viel kann ich mich nicht zulassen. Ja, Rasmim, wir haben es verstanden. Lass gut sein, lass gut sein. Jedenfalls, wir sollten den Willmanns einfach eine sehr eindeutige Nachricht übermitteln, dass es in ihrem besten Interesse ist, die Sache mit dem Großatmeridissimus sein zu lassen. Die sind faul wie Scheiße. Die wollen das eh nicht machen. Oh, umso besser. Ich habe außerdem noch einen interessanten Zusammenhang herausgefunden. Wir haben uns ja mit dem Vogtvikar getroffen, also Zulamin und ich. Und dabei haben wir zumindest anteilig gehört, dass wohl gerade die Erben der, wie hießen sie noch, Ulfatz? Ja, Ulfatz, wohlgefunden seien und die entsprechenden Bemühungen jetzt angestrebt werden. Oh, tatsächlich, ich habe gesehen, dass bei dem Anwesen einige Bewegung ist. Sie sind wohl schon eingezogen. Das war sehr schnell. Das dachte ich mir auch. Ja, sie sind vorbereitet gewesen. War ja schon alt. Ich habe mich außerdem mit dem Vogtvikar derart geeinigt, dass er einen Kontakt zu diesen neuen Erben herstellt. Sie scheinen auch noch nicht so lange in der Stadt zu sein und nicht alles hier zu kennen. Vielleicht können wir das zu unserem Vorteil nutzen. Ja, aber warum nicht? Gute Idee. Gut mitgedacht. Und gut, wenn ihr mich entschuldigen wollen. Äh, wohin gehst du denn? Berat sagte, äh, zu Borromeo, woher ausgeschifft wird. Ah, ja.